Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren Modellage-Video. Heute geht es um das Thema Baby Boomer bei kurze Fingernägel. Ja, hier habe ich von der Firma ABC Nail Store drei wunderschön aufeinander abgestimmte Produkte bekommen und den dazugehörigen Baby Boomer Pinsel Nummer 7. Der hat diese wunderschön feinen Härchen und mit dem werde ich das Material nachher verziehen. Zuerst zeige ich euch die Produkte. Das Finish wird das High Gloss Rosé sein. Das ist ein porzellanartiges Rosé. Okay, ich schaue gerade mal, ob ich hier ein bisschen mit dem Licht einfangen kann. Das ist ein bisschen schwierig, weil das will immer dahin, wo ich es nicht haben möchte. Und dann für das Weiß nehme ich heute Dramatic White. Inwieweit es dramatisches Weiß wird, werden wir sehen. Das ist heute also auch mein erster Versuch damit. Was ich schon mal sagen kann, das Builder Nude, das Camouflage-Bilder, das ist richtig schön. Ein frischer Pfirsichtton, den habe ich hier schon mal auf meinem Daumennagel. Und was noch mitgeschickt wurde, was aber nicht zum Baby Boomer als solches, als Set gehört, ist das French Builder Gel. Hiermit habe ich mir den Daumen künftig verlängert auf Schablone und er sieht wirklich aus wie Natur gewachsen. Und das ist wirklich richtig genial. So, heute geht es aber erstmal um den Baby Boomer. Die Nägel wurden schon vorbereitet, die Nagelhaut wurde gemacht. Und ich würde sagen, wir starten einfach jetzt. Und heute mache ich den Baby Boomer ein bisschen anders. Ich werde jetzt erstmal den Zeigefinger machen, der ist schön groß, dann sieht man das auch gleich. Und dann kann ich einfach eine Perle hier aufsetzen. Und dann kann ich einfach eine Perle hier aufsetzen. Und dann kann ich den Baby Boomer ein bisschen anders als normal. Normalerweise würde man jetzt schon mit diesem Baby Boomer Pinsel kommen. Ich fange allerdings jetzt schon mit dem Nude an. Und ihr seht jetzt, was ich mache. Ich tüpfel dieses Gel wirklich mit dem Pinsel aus. Das Gel zieht sich wirklich selbstständig glatt. Das erleichtert euch die Arbeit immens. Es sitzt sehr schön. Das heißt, ich werde weiter arbeiten und schauen, ob es auch an Ort und Stelle bleibt. Also das Auftragen ist wirklich mühelos. Das lässt sich wirklich total einfach verarbeiten. Also das ist schon sehr entspannend. Wenn ich dann vorne zu viel habe, nehme ich mir das einfach wieder zurück. Da, wo ich es haben möchte, setze es ab. Ich achte halt immer darauf, dass ich bei ganz kurzen Nägeln keine Tonne Gel drauf mache. Klar muss gefeilt werden hinterher. Aber man kann auch dünn modellieren, um eben auch keine Materialverschwendung zu haben. Hier setze ich mir noch ein bisschen Material an. Und mache weiter. Es sieht so aus, als ob es am Platz sitzen bleibt. Das ist natürlich eine super Erleichterung. Dann kann ich bei der Arbeit im Studio wirklich mehrere Nägel auf einmal machen. Und bin ich gezwungen, einzelne Nägel zu modellieren. An den Seiten, merkt ihr, gehe ich nicht mehr mit der Breite des Pinsels. Sondern wirklich nur mit einer Kante. Damit mir nicht so viel Produkt zu nahe an die Haut rankommt. Weil da bin ich ja auch so ein Kandidat dafür. Ich bin noch bei euch im Bilde. Gut. Wundervoll. Ich werde jetzt mal in die Lampe gehen, das aushärten. Jetzt geht es weiter mit dem Thermatic White. Und jetzt werdet ihr denken, wieso ist denn das matt? Es gibt verschiedene Wege, einen Babyboomer zu machen. Wenn ich so kurze Nägel habe wie hier, könnte ich das nicht ohne praktisch dieses Nude-Tönige vorher anzumattieren. Das mache ich nur, wenn ich ganz kurze Nagelbetten habe. Ich möchte euch einfach zeigen, es gibt verschiedene Arten, einen Babyboomer zu machen. Und wie man ihn üblicherweise macht, zeige ich euch beim nächsten Video bei einer lieben Kundin. Und jetzt bereite ich den Babyboomer-Pinsel vor. Und ich nehme mir jetzt ein Dottie. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020